Oh, wo kommt das Schiff? Hier. Ah, da war auch Holz noch dabei. So, dann kann ich jetzt noch mehr Obst herstellen. Ah, ma, 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 ma. Hm, hm, hm. Ja, Werkzeug, Werkzeug fehlt noch ein bisschen. So, auf welche Insel wollten wir eigentlich das her? Wollten wir, glaube ich, zur Militärinsel machen, ne? Oben, rechts. Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, ja. Das wird schön. Da freue ich mich ja schon drauf. Ja, doch. Es fehlt allerdings einfach ein bisschen Rotmüll. Oh, hier kommt noch Rotmüll. Aber erst mal müssen wir auch mit dem Gewinn mal ein bisschen höher gehen, da. Wenn du das da hingekriegt hast, damit wir wieder Geld, Gewinn machen en masse. Eigentlich habe ich mir mehr, eigentlich habe ich mir ein bisschen mehr Gewinn erhofft noch. Ja, das kommt ja noch. Ja, das kommt ja noch. Ich bin ja erst bei Angestellten. Was meinst du, weil wie das abgeht, wenn ich erstmal Executives habe? Hoffe ich doch mal, dass das, äh, dass das dann passt. Ähm, dann haben wir jetzt der Obst, den mache ich jetzt noch in die Handelsroute rein. Mhm. Ja, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich brauche noch ein weiteres Handelsschiff, wie es aussieht. Warnung, Feuer entdeckt. Oh nein, nicht wo. Wo denn? Was wo denn? Ach, nee, oder? Irgendwo habe ich auch so eine Eco-Insel, glaube ich. Naja. Hm. Entwarnung, Feuer eingedämmt. Ich hoffe nur, das reicht an Obst, wo sie jetzt hier produziert wird. Mhm. Und ich glaube, der Container könnte knapp werden. Das ist ein Container hier. Der müsste eigentlich mehr noch laden können. Gibt sich so ein Lade-Upgrade noch? Hm. Oder ich muss noch ein bisschen Geschwindigkeits-Upgrades mehr reinhauen. Wer weiß. So, aber was sollte ich eigentlich? Ja. Und hier, was ist hier los? Ach, der sammelt jetzt hier alles auf. Aber ich habe schon wieder kein Release. Willst du mich verarschen? Alter. Das Containerschiff ist viel zu langsam irgendwie. Stimmt, das ist schon ein anderes Schiff. Wo ist denn mein Schiff-Fragezeichen eigentlich hin? Ist das Schiff-Fragezeichen irgendwo? Ach, das fährt gerade da beim Strindberg rum. Nee, das ist Schiff-Fragezeichen. Truffel, Gold, Dias. Schon bald das Gefühl. Hä, wo ist denn das? Ah nee, das geht noch. Wo ist das Schiff-Fragezeichen? Ich glaube, das habe ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das ist. Hm. Irgendwas, irgendein Schiff brauche ich nochmal. Ähm. Ja. Ich brauche ein Schiff. Noch ein Schiff. Welches soll ich nehmen? Traust du es dir zu, innerhalb von 2 Minuten 30 die Ökobilanz auf deiner Eko-Insel von minus 105 auf plus 5 zu verbessern? Alter, nein. Verdammt, da habe ich mich ganz ver... Ach, verdammt. Das habe ich ja ganz ver... Das schaffst du nicht mehr. Ähm, ich brauche dringende Sofortlieferung von Beton auf meine Insel. Kannst du das regeln? Dann kann ich es schaffen. Das schaffe ich noch, komm. Spiel gespeichert. Doch, das schaffe ich noch. Mit Beton kann ich es schaffen. Warum mit Beton? Und Stahl brauche ich. Beton und Stahl. Ach, Stahl auch noch. Und Werkzeug und Bauzeilen. Nein, alles kann ich hier nicht liefern. Beton und Stahl oder was? Ja, Beton und Stahl liefert es erst mal. Wohin, wohin jetzt? Zu meiner Öko-Insel, der Großen. Ach, zur Öko-Insel. Ja, ja. Dort ist das Ultimatum verdammt. Aber das schaffe ich mit meinem Containerschiff nicht mehr. Zack. Das ist doch ein... Außerdem brauchen die erst mal zum Hochfahren. Eine Minute dreißig, komm. Das schafft dein Containerschiff. Ich vertraue ihm. Naja. Ach komm, das kriegst du hin, doch. Naja, das hat nichts. Beeil dich, beeil dich. Beton und Stahl, komm. Wo bist du denn du? Fährst du überhaupt? Ja, auf den Weg, ja. Ja. Nach unten, sicher. Ja. Ach komm. Da bin ich. Schnell, lad's ab. Und dann sag, wenn du da bist, okay? Ja, es dauert noch, es dauert noch. Ich schick auch noch schnell einen kleiner Flitzer meinen hin. Okay, okay, okay. Jetzt komm. Das ist das für ein anderes Scheißding. Komm. Jetzt ist es auf dem Weg. Noch 30 Sekunden, das schaffen wir nicht mehr. Komm. Na, da, ich sehe es schon, es ist gleich da. Platz ab. Ja, sobald ich da bin. Ich möchte es nicht hier falsch verladen und ins Meer rauskippen. Jetzt. Alles da. Okay, warte. So. Okay, die Öko-Libbilanz wird besser, die wird besser. Aber das schaffe ich nicht mehr. Zu langsam. Nee, ich bin zu langsam. Ah, fuck. Was passiert dann beim Unfall? Registriere nicht genehmigte Demonstrationen. Dabei hatte ich so auf dich gehofft. Scheiße. Ja, jetzt sind sie halt unzufrieden. Wie kann ich das, kann ich das beheben? Ja, es verbessert sich bald wieder. Nein, kannst du nicht. Du musst halt warten. Das dauert jetzt ein bisschen. Und da wandern jetzt ein paar ab. Oh nein. Dann, oder, ja, also, es gehen halt ein paar Leute weg, ja. Du musst halt später die Steuern wieder runter machen, damit die da neue Leute einziehen. Na gut. Ah, verdammt. Öko-Bilanz. Oh, unsere Bilanz sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das liegt an mir. Nee, liegt nicht an mir. An dem liegt mir das. An den Ökos wahrscheinlich. Wenn sie demonstrieren, geben sie mehr Geld. Ah, nee, an Sokov liegt es. Das liegt an Sokov. Ach so, an Sokov. Ja, dann. Aber schau, ich habe Öko-Verbesserung. Werte steigen. Ich habe es hingekriegt. Ja. Ach, der kann sie ja gleich abbrechen. Nicht schlecht. Oder? Na, lass es doch da. Das ist gut. Das ist sehr gut. Auf der Öko-Insel. Produzieren die Sachen schneller. Auf der Öko-Insel braucht man gute Öko-Bilanz. Ja, das steigert tatsächlich deren Zufriedenheit deutlich. Ach, was ist das? Um 5% steigert es die Zufriedenheit. Nicht gut. Achtung. Produktionsstillstand. Hm. 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 Mein Schiff war zu langsam. Eine kurze Pause vielleicht. Dann sind Sie wieder topfit. Ach, wir haben wieder 2 Stunden gespielt. Ah, gut. Sehr schön. So, weil ich hier ja nicht gerne auch ein bisschen weiter die Leute aufsteigen lassen würde. Hm, Mann. Ich hoffe, das Obst reicht wenigstens hier. Scheint aber nicht gut zu sein. Hm. Und ich brauche hier noch ein paar Frachtcontainer. Warum sind hier überhaupt so viele Krankenhäuser? Warum ist hier überhaupt ein Krankenhaus? Die Reißlieferung reicht einfach nicht. Eventuell brauche ich aber auch einfach nur Frachtlager. Warum? Hier würde sogar so was Großes hinpassen. Hm. Das ist groß. Ja, das ist groß. Aber das brauche ich nicht unbedingt. Warnung. Warnung. Steigende Kriminalitätsrate registriert. Wo? Äh, jetzt habe ich sie weggeklickt. Oh, nee. Nicht jetzt auch noch kriminalität. Bevölkerung verlässt die Stadt. Ja. Jetzt geht's los. Ah, hier. Gleich ist wieder vorbei. Dein Deal, der Aufstand. Ein Scheiß ist das. Ja, das ist ziemlich nervig, wenn die da rebellieren. So, wie sieht es ja eigentlich mit dem Fisch aus? Die Ökobilanz ist doch gut jetzt. Hallo. Ja, geil. Die konnten jetzt echt mal aufhören. Ach, komm. Bisschen zu spät. Na und? Das war wirklich nur wenige Sekunden zu spät. Ja, so fünf Minuten vorher. Man. Ja, ich habe es leider auch wieder zu spät dann erst gesehen. Kann man aber auch gleich machen. Man. Nein, Dreck. Ah, das würde theoretisch gehen. Aber so koche ich das richtig gut. Aber. Ähm, du musst auch mal mehr Gewinn machen mit deinen Anseln, ne? Ja, ja. Wie gesagt, wir steigen jetzt gerade auf. Gut, du kümmerst dich ja drum. Ja. Ja, ja. Ich habe das. Danach können wir da auch fertig machen. Ah, ich brauche auch noch mehr von den Scheiß Früchten. Ah, ein bisschen möchte ich die jetzt noch aufsteigen lassen. Ich brauche nur ein bisschen Werkzeug. Das ist jetzt gerade. Das kommt jetzt gerade. Und dann kann ich hier die ganzen aufsteigen lassen. Die ganzen 94 Häuser wollen gerade aufsteigen. Naja, ich habe jetzt noch ein paar tausend Frachtlager hingepflanzt. Weil Lagekapazität wurde nämlich ein bisschen knapp. Stimmt, wie viel Rohöl ist hier? 65. Ja, da passt noch deutlich was hin. Gut. Ja, hier ist immer noch kein Rohöl. Aber Vielleicht kann ich sogar eins von diesen Teilen abreißen. Da ist hier vielleicht vor allem nie was zu tun. Da muss ich die alle wieder auf grün setzen. Das kann aber auch irgendwie von niemandem beliefert werden. Das fällt mir gerade so auf. Da habe ich ein bisschen Bullshit gebaut. Nicht genug Werkzeug. Ah, nee, aber der kann das hier eigentlich kriegen. Naja, gut. Naja, da kommt das Handelsding. Okay. Da kommt aber mein Frachter. So, und jetzt passt mal auf. Was ist jetzt passiert? Oha, 100 können sogar aufsteigen. Alter. Na, jetzt fehlt auch noch Beton. Hey, warum hat Deiner? Bin zufällig in der Gegend. Deiner hat nochmal mehr Frachtraum, oder? Lagekapazität. Genau, Lagerverwaltungstool. Kann ich das haben? Welches? Laderaumverwaltungstool? Ja, kannst du haben. Nein, nee. Komm. Ich lasse es dir. Das Umladen ist zu kompliziert. Ach, verdammt. Na gut. Aber mein Ökoproduktcontainer, der... Ich weiß nicht. So ganz gefällt der mir nicht. Ja. Der... Der... Der hat so oft die Burger nicht so toll, wie ich das eigentlich wollte. Ich weiß nicht. Der Reis... Oder den Reisnachkommen... Viel zu wenig. Das Reis wird nicht genug geliefert, einfach. Ja, das ist manchmal ein bisschen blöd irgendwie. Eventuell mach ich noch... Manchmal haut es nicht so ganz hin. Äh... Wie viel Unterhaltung... Unterhalt kostenlos? Recht hoch. Weil ich glaube, ich mach doch auch noch so ein Trimaran für schnelle Lieferung. Weil Reis brauch ich doch mehr, Sand ist eigentlich... Wir haben ein geschicktes Entchen für... Boah, nicht... Oh ja, das war jetzt gut, ja. Denen geht's ja auch gut, die freuen sich ja auch. Die Arbeiter können weiter aufsteigen. Komm, die dürfen auch mal Fertiggerichte verputzen. Genau, und ich wollte hier eigentlich noch ein paar Werkzeuge rüberladen. Warum stelle ich so wenig Werkzeuge her? Stehlst du mir immer mal wieder Werkzeuge, oder? Stehlst du mir ab und zu Werkzeuge bei meiner Hauptinsel? Ja, vorhin hab ich wieder ein bisschen genommen. Okay. Was heißt bei dir ein bisschen? Äh, so 150... Na, nicht ganz. Ja. Dann verstehe ich halt... Ein bisschen halt. Da verstehe ich zum Glück, woran das gelegen hat, dass da ein bisschen knapp war. Was machst du eigentlich mit deinem Pilzscherfrachter? Hier aber vor meiner Insel? Ich sammle das wieder ein. Ach, das hast du verloren. Nein, das hab ich dir gegeben, wegen dem komischen Umweltgedöns. Ja. Jetzt muss ich aber die Leute aufsteigen lassen, es fehlen mir die Ressourcen dafür. Ja, ich muss auch grad wieder neu aufsteigen lassen. Ich hab auch hier grad die Steuern wieder runtergestellt, damit hier neue dann kommen.